Moin Leute, wir gehen mal wieder eine Runde in Valorant rein, zweites Platzierungsspiel. Ich hab mal so ein bisschen an meine OBS Einstellungen rumgefummelt. Ich hoffe mal, dass die Aufnahmen vielleicht dadurch ein bisschen besser und flüssiger werden. Sieht zumindest in soweit gut aus. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Ja, ist geil. Geht auf jeden Fall gut los. Ist was rübergegangen, ne? Hm, okay. Na dann. Easy peasy, erste Runde, wa? Dachtest du wirklich, das würde funktions tot? Voll erwischt! Gegner bei A-G... Gegner bei B-G... Neutralisiert! Gegner bei A gesichtet! So, wir wollen einfach mal alle Ödkugeln einlassen. Spike in A. Er ist auf der High-Bit. Oh, gut, gut gespielt. Spike platziert! Ich scanne voraus. Letzter lebender Verbündeter. Das gibt es nicht, Mann. Ich bin nicht sicher, wie ich zu sprechen möchte. Weil ich bin aus dem Platz von Mocha und habe keine Ahnung, was ich mache. Also, ich lerne. Du weißt, was ich meine? Erledigt. Hier. For ever and just teleport weir, do I will still be? Weil die noch auf B sind, glaube ich. Party ist vorbei. Schau mal weg. Ein Gegner übrig. Da. Ich glaube, das sieht gut aus. Auch wenn er noch einen gekriegt hat. Monster ist los. Nicht wieder aufstehen. Meine Uhr ist bereit. Meine Uhr ist bereit. Sie werden sich folgen. Hier. Gegner bei B gesichtet. Ein Gegner übrig. Spike in B. Okay. Das Problem ist, ich weiß, hier ist wohl meine... Du kommst durch TP. Nun, warum soll ich denn durch TP kommen? Noch nicht bereit. ist doch alles gut und wo mag er kommen oder die zwei besser gesagt noch 30 sekunden oder versuchen ihn schnell zugriff noch 10 sekunden ein gegner übrig sollte es gewesen sein haben sie mal geholt wie geil noch nicht bereit schockpfeil da gibt es nicht schade bin ich richtig gezielt glaube ich eine afg ist natürlich auch unfair da muss man noch zu gehen wo sind sie wo sind sie wo sind sie ja komm das gibt nicht Nice, good job guys, so proud of you. I don't know if that jet is just AFK or trolling, I can't, I don't know. Okay. 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 noch 30 sekunden Oh, okay. Oh, das ist wieder falsch. Sorry, just one to your left, I'm pretty sure. Einen habe ich noch, der andere ist wahrscheinlich wieder AFK, wa? …haha. Bait platziert. Ich scanne voraus. Just try and keep him there Just stay still when you're shooting Don't peek, don't peek Play Kitschice Nice, good job, so far Hängen gehalten Brauch verbeute Angreifer gewinnen Aufgegeben Punkte kriegen wir noch nicht, aber ich glaube das könnte ein bisschen mit der Platzierung geholfen haben Drei weitere Spiele sind es noch Wieder ein paar Belohnungen dazu, sehr schön, sehr schön, sehr schön Was noch einmal Gizem ist Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal, mal gucken, wie die Videos ankommen, dann machen wir wieder ein bisschen mehr Valorant, wenn euch das gefällt, oder mal zwischendurch als Lückenfüller Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao